Ich habe eine Gemüse, on a Aubergine, on a Poivreau, on a Carotte und on a Fennouille. Fennschul, gut, gut. Also, du musst eine wählen. Aubergine. Aubergine, willst du eine andere? Nein, Aubergine. Sicher, Aubergine. Du kannst noch wechseln. Ah, okay, Carotte. Eine große, Carotte. Also, wir koupen einfach so, und eine Karte ist drin. Und eine Karte, aber nicht n'importe welche Karte, eine Karte, drei Hartz. Gibt es ein Stückchen? Und ein Stückchen kommt gerade auf der richtige Schrift. Ich habe eine Karte, eine Karte, eine Karte. Marmere, so Marisa. Dächiret eine Karte, eine Karte, eine Karte. Nein, ich nehme Karte. Ich nehme die Karte, wie diese Karte, und das Karte. Und ich gebe die Karte, die Karte, und es zählen. Und das Karte, die Karte, die Karte, die Karte, die Karte, die Karte, die Karteята, die Karte, die Karte, am Anfang. Und wir öffnen, ob wir sie können. Ich nehme den Karte, ich habe nicht geschen den Citron aus dem Beginn. In der Mitte... Eine einzige Karte! Wenn ich diese Karte öffne, wie sie... Nein! Der 5. Der 5. Aber mit Marisa. Das ist das. Du bist so mit der Vendule. Und wenn du eine Kraft und eine Kraft hast, du gehst drauf mit den kleinen Steinen. Aber du musstest fast fühlen! Ja, ich würde ja! Diese! Ja, ich sehe sie hier! Ja, ja, diese! Ja, ich sehe sie! Ich nehme die Karate! Der 5-Store-Chef! Brigel! Was ich entdingte? Der 5-Store-Chef! Der 5-Store-Chef! Der 5-Store. Der 5-Store-Chef! Der 6-Store-Chef! Vielen Dank.